Heute war super. Heute waren die ganzen Medien da. Echt, also jede Menge. Es war da Radio Euskirchen und SWR und Radio Euskirchen war da. Und es war der trittische Volksfreund auch da und Radio Euskirchen. Einige Punkte zu finden, wo die Szenen aneinander klicken. Also zum Beispiel in der einen Szene bleibt auch vorbei am Südkraut, in der nächsten Szene steht da jemand und hat vielleicht mit dem Vorbeifahren. Tante Tine, die also mittlerweile eine große Familie hat, eine Patriarche, die stirbt unter mysteriösen Umständen. Und unsere Ermittler müssen herausfinden, wie das passiert. Da haben wir natürlich auch noch jede Menge geschrieben heute. Und dann ist da so eine Szene, die habe ich heute geschrieben, denn die ist so traurig. Ich war schon die ganze Zeit fein, als sie geschrieben hat. Wenn das von Anfang bis Ende ist. Ich kann gar nicht mehr wissen. that's all. Wir haben herausgefunden, dass wir zusammen schon über 100 Kriminalromane geschrieben haben. Das sind, wenn in jedem drei Leichen verkommt. Über 300 Leichen! Au!